Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Civilization 5 Beyond Earth Rising Tide Ups, haben wir die Infos Die Schlacht um Badim City ist voll in Brand und ich weiß nicht warum ich jetzt nochmal oder wieder schießen darf Am letzten Saving hatten wir uns eigentlich schon komplett durchgeheultet Das ist ein Bug Mit dem können wir aber leben So Kaufe ich noch ein Gerät, das ist ausgeschüttend ein Schiff Und wieder lesen Wer nichts drauf hat, aber auch gar nichts Wir haben zu wenig Giften zu kaufen Gut, hat sich erübrigt Also, wir werden es wohl nicht halten können Hallo? Was geht hier an? Auch hier War eine Xenosirene Die wir nun gekillt haben Warte So Gibt's noch andere Sirenen Die uns mit irgendwelchen Alien entwickeln wollen Ob das rot ist Bisher witzig Die gehen wir jetzt auch rein, oder? Warte 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 Der Feind, der Hubschütze, die uns ja, die Freunde von der Fälle verleihen. Let's go. So, ich klammer. So. Die Liköer. Jetzt sind wir schon so weit. Warte mal vor, kann man vorne preschen. Ich glaube nicht. Zu viele Gegner stören hier rum. Oder? Ich würde sagen, dass man hier nicht bereit schafft. Ganz einfach. Go. Ich bin gespannt. Die entscheidende Phase, ne? Die letzten drei. Jetzt kommt der Hammer auf dem Kopf. Bis zum nächsten Mal. Die clock ist tot. Die tickle. 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 Okay. Und das war's. So, hier wollen wir ein bisschen Elef anbauen. Und die bleiben wo er ist, würde ich jetzt mal sagen. Bereitschaft? So, ich sag das. Freund statt. Wir haben Ains immer noch gehalten. Kaum zu glauben. Aber wow. So, weh ballern wir jetzt. Okay. Wir wollen ja schon... ...ergebnisse sehen. Zerstört, jawohl. Gut. Zerstört, jawohl. Da noch einen. Gleich in grün. Bitte. Das hier. Schaden. Ich wurde verarscht. Ich will Flieger fangen. Damit der Mütter wirklich platt ist. Ja, schade. Er war die Ich will jetzt nicht merke. Ich hab's jetzt ein Auto. Nein, also nein. Ich hab's jetzt mal, wo man es kriegt. Da muss man hier. Ich hab's jetzt mal hier, die Kollegen. nicht Der taucht ja auch zunächst oder? ist so wie springen sind wollen Dann sehen wir das. Erstmal hier, ne? Wir gangen uns durch. Hier, natürlich mit Plakage. So, du bist da. Lass mich erstmal ein bisschen hoch bei dir an. Platt mal. Jawoll. Jetzt bist du ohne Oberstuhlstand. So. Problem gelöst. Wir marschieren glatt durch. Ich. Los. Für was auch immer. Und. Du. Eins. Los. Du kommst hier runter. Dann. So. Kanonade. Den brauchen wir. Hier. Warte mal. Eins. Warte mal. Warte mal. Eins. Warte mal. Dann. 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 Dich. So. Und. Die. Können wir eigentlich schon mal. Gegengeschickt. Ne? Eins. Was ist. Was ist. Was ist. Nies. Angriff. Ja. 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 Jetzt springen wir zwar dem City. Warum auch immer. Aber. Scheinstrum. Auslöschen. Auslöschen. Den kann der auslöschen. Den da. Oder. Das muss man sehen. Hat der da doch. Gut. Predator. Nummer eins. Wir stehen hier aus. Sehr gut. Dater Nummer zwei. Wir stehen hier aus. Und. Verrater Nummer drei. Predator Nummer drei. Wir stehen hier aus. Herzhund. Wici. Ey. Es ist hier. Neue. Was ist. Verrater Nummer drei. Wie alt. Was weiß ich jetzt. Scheißt. Hier runter. Wie alt. Wie alt. Wie alt. Ja, du. Kommt hier runter. Ich dachte, du wirst doch heute hier rizieren, oder? Und eins, zwei kleine Mini-Städtchen. Ja, Garnade und... ...Redmord. Genau. Nein, wir ziehen voll runter. Ich hab hier im Auto stehen. Seh ich gerade? Hallo? Ist ja cool, warum bist du hier? Ist ja super. Gut, auch du fährst runter, oder? Bleibst du hier? Ja. Was sagen wir, bleib da. So, was war das? Was brauchen wir für dich, Kollege? Äh, wir bauen natürlich ein... ...Genau. So, Obitallaser. Sehr schön. Wen können wir platt machen? Natürlich die Bank. So, Udine darf bauen. Auch hier ne Mini. So, können wir da eben inspringen? Ja. Du darfst eigentlich... ...die Reliquie bauen, aber die ist nie aufgeführt. Wieder mal. Was für ein Schnickschnack. Also ein Labor. Best Entscheidung. Das untergründige Haltung. Besseres Ziel für Militär. Okay. Natürlich. Zu bezahlbar. Benji gießen und danach treffen. Unser Motto. So, Valiant. ...und... ...klarer Fettbatterie. Bitte. Und hier bitte ne... ...Rodos... ...ne... ...ne... ...weil es zu schnell gehen muss. So. Gehen wir die Punkte durch. Alien ist direkt. Das interessiert uns, weil... ...hier ist doch niemand weit und weit in Sicht. Tolles Gebiet. Viel zu erkunden. Nicht so... ...erforschen, aber... Schnickschnack. Eintritt. Und der hat mal gelebt. So, in woher wir sind. Er ist abkommen. Wir haben keine Kräfte mehr. Oh, die haben uns platt. Keine Chance. Schade. Haben wir mal zu erwarten? Hier geht's um die Hauptstadt. Komm. Die Anschlussschüsse. Das wird wohl nichts. So. Los, komm. Warten wir es nicht. Wir holen uns. Wir gehen jetzt zurück. So, bitte schön. Wir gehen jetzt. Ulfana. Ulfana. So können wir... ...unser Freundin. So. Wir gehen hier. Ulfzetti. Ja. Das muss... ...unser Binderchen hier sein. Ich... Oh... Sehr schön. Das würde euch nicht reichen, aber fahre eine klare Botschaft, zu wenig Energie um etwas zu kaufen, okay, aber, naja, kein Wunder ist es denkbar. So, alles geschossen, gut, jetzt zurück, der Halt natürlich, der Kampagentür auf, auch nicht, Schlagschlag, der auch nicht, keine Flieger. Hier auch nicht. So, jetzt langsam. So, Tropico. Haltwegflieger für hier. Verlagern. Ja, gut. Ja, da ist man schon sehen. Nein, ich weiß nicht. So, Silvester auch? Ja, drei, überlagern wir auf jeden Fall. Den hier. Mehr haben wir ja nicht, ne? Mehr haben wir nicht. Zurecht kommen. Nach Gausen. Kaufen können wir ihn uns nicht leisten. Kante Quotes, er hat keine. Neue, er hat doch welche. So, wohin? Quantico klappt, Silvester klappt. Was klappt? So, okay, okay. Tropico. Wunderbar. Wunderbar. Der von hier angreifen. Der war eine riesige Reichweite. Okay. Ja, wir haben einen Dom rumsetzt. Davon ist ja nicht gekauft, ne? Das ist die Einheit schlechthin. Okay, haben wir den Dom rumsetzt. Das ist die Einheit schlechthin. Okay. Umgezogen. Kann auch nicht. Der Verte kam. Hat schon. Gut. Ich denke, hier haben wir erstmal alles... ...benutzt. Okay. Auf geht man nicht. Wir werden 1er verlieren. Das ist traurig. Aber wo wir denn Thomas-Mations machen? Yellowstone, ne? Bitte Arminame, aber warum nicht? Pass, würde ich sagen. Mehr geht wirklich nicht. Mehr geht nicht. Das übersehen? Bestimmt. Shit. Wir müssen wir durch. Wir müssen jetzt durch. Ich glaube nur kaufen muss. Ich habe wenig was für die Kräfte. Wenn ich nicht. Hier müssen wir wichtige Häuser bauen. Ich hoffe, ich bin kein Eigenbau. Schnelllich. Und wo wir hier sind? Alfala. Hm. Macht die gar nichts. Oh, Krone's dead. So, die werden erst mal ein bisschen gehalten. Auch hier sind frei. Bescheid ich hier. Find ich dir. So. Du bist hier. Schön. Und da haben sie den Wurs auch dahin geknallt. Mein lieber Scholli. So, taugst du irgendwas? Nee, du bist Gewohnfutter. Also heilig. Der kann Biopsie durchführen. Warum kann der das? Okay. Aber das wird gerade nicht hier. Wie gesagt. Wir machen die ganze Arbeit. Eins. Zwei. 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 Ja, ich hab's recht. Der Panzer. Wohin mit dir, du Nasenbär? Hier runter. Hier oben gar nicht. Minimale. Und hier oben wohl der Panzer. Minimale. Angehörige. Hier, volle Kraft. Ja. Der nächste. Jawohl. Zwei. Ja. Wird auch nicht bestanden. Ja. 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 Ich bin nicht ins Bürochen mitabkommen. ِ da durch. apprendre jetzt auch. Ja. Ja. Jo. Ja. SAREP. Ja. 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 Aber. Ja. Ja. Jetzt können wir ihn noch weiter verstehen, wo er hin sollte nach Gaussien. So, der hier. Ja, der kann auch einiges. Warum nicht den hier? Bis zum nächsten Mal. Nächster Plator. Klar, einen haben wir noch. So, wer ist noch empfänglich von kleinen Nätigkeiten? Der hier. Sehr schön. Was hat das? Ich glaube, zwei haben wir noch, ne? Ausschalten. Und zwar der Letzten. Den verpulvern wir. Heftig. Das macht er gar nicht, he? Das wird dann so fern. Schon kapiert. Das war's. Das war's. Und der kann wieder mal nichts Sinnvolles. Der wiederum. Kann der schon zurückschlafen? Nein. Nein, aber da wird das Band. Oh, doch. Den wir platt machen. Der lag sehr platt. Nein, den können wir jetzt wegschieben. Dann greifen. So. Zurück zum Radim City. Auslöscher. So. Den löschen wir aus. Den hier. Richtig. Predator. Kräftig. 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 Wird mir gefallen, aber macht keinen Sinn. Der ist näher dran. Fahrt los. Zahle. Und eine haben wir noch. Der hat's ganz schön drauf. Ups. so Yellowstone, ja Du musst fassen, tut mir leid Yellowstone, müssen wir diese Runde doch mal lassen Fingerhinkler Das ist aber das Institut Hallo, wollte man hier einen Baum Unlogisch Sehr unlogisch So, aber leider Passt auch schon mit dieser Folge Jetzt mal wie das sehr intensiv war Dramatisch Ein paar Matheurer, ein paar Helden Und endlich viele Opfer Hat sie gebracht, diese Folge Oh, vielleicht Ja, ähm Ich hab irgendwie einmal Versehen bestimmt Aber Hier Auf dem ersten, zweiten Blick Ne, was Kann doch nicht rein, ne? Schon geschaut Ne, aber komm Das ist ja Das ist ja Ich hab' den drei Freide Der hat mich ausgeheint So, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal der muss noch einen ja, Nibelon, bye bye